Kriegsende 1945 Für Phoenix auf Spurensuche an versunkenen Orten der Schlacht um Berlin. Herzlich Willkommen liebe Zuschauer. Vor 70 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Dieser Krieg ist bis heute der größte militärische Konflikt in der Geschichte der Menschheit. Und mit ihm verbinden wir unglaubliche Kriegsverbrechen, Zerstörung, Brutalität. 60, 70 Millionen Menschen verloren in diesem Krieg ihr Leben. Und natürlich wirkt das alles nach bis heute. Eine der ganz großen Lehren dieses Krieges ist auch, nur ein geeintes Europa kann auf Dauer ein friedliches Europa sein. Ich nehme Sie jetzt mit auf eine Zeitreise. Ich möchte Ihnen Orte zeigen, die Ihnen besonderer Weise mit dem Ende dieses Kriegs verbunden sind. Vor allem in und um Berlin. Mit unseren Gästen blicken wir auf uns selber. Heute, 70 Jahre danach. Wie steht es eigentlich um uns? Wie gefestigt ist unsere Demokratie? Und deshalb schauen wir in ganz besonderer Weise auf das Kriegsende und den Neuanfang für uns hier in Deutschland. Die sogenannte Stunde Null. Heutzutage gibt es natürlich auch ganz moderne, zeitgemäße Mittel, sich die Geschichte der Stadt vor Augen zu führen. In dieser App beispielsweise kann man unterschiedliche Orte auswählen und dann alles Wissenswerte über deren Geschichte erfahren. Von damals bis heute. Vor dem Ende zieht Hitler im Januar 1945 in den sogenannten gerade erst fertiggestellten Führerbunker. Angelegt im Garten der neuen Reichskanzlei im Zentrum Berlins. Von hier aus will er weiter seinen Krieg führen und die Deutschen dabei mitnehmen ins Verderben. Denn gewinnen kann Hitler diesen Krieg nicht mehr. Berlin im April 1945. Hitlers Weltanschauungskrieg ist verloren, Deutschland und weite Teile Europas liegen in Trümmern. Doch Hitler hat ein letztes Ziel, nun auch die Deutschen mit sich in den Untergang zu reißen. Seit dem 21. April kämpfen sowjetische Soldaten in den Vororten von Berlin. Stalin hat befohlen, Hitlers Hauptstadt bis zum 1. Mai zu erobern und über den deutschen Diktator endgültig zu triumphieren. Die Zivilbevölkerung gerät zwischen die Fronten. Zwischen ihnen und dem Frieden steht jetzt nur noch einer. Die Rote Armee umschließt mit 1,2 Millionen Soldaten die Frontstadt Berlin. Im Zentrum nahe Reichstag und Brandenburger Tor liegt die neue Reichskanzlei. 1939 fertiggestellt, gedacht als Symbol für Macht und Größe des tausendjährigen Reiches. Hitler ist seit dem 18. Januar wieder hier. Die Reichskanzlei liegt in Trümmern. Schwer getroffen von alliierten Bomben. Nach der Winterkatastrophe vor Moskau Ende 1941 hatte Hitler das Büro von Albert Speer beauftragt, im Garten der neuen Reichskanzlei eine Bunkeranlage zu bauen. Die Katakombe ist zweigeteilt, in den Vorbunker und den sogenannten Führerbunker. Im oberen rechten Teil liegen die Quartiere für das Personal. Darunter fast zehn Meter unter der Erde Hitlers Bunker mit 20 Räumen. Hitlers Wohn- und Arbeitsraum, sein Schlafzimmer und der Schlafraum von Eva Braun. Hitler fand im Bunker sein Ende. Für viele Berliner waren die Bunker aber die Rettung. Was die wenigsten wissen, eine dieser Anlagen liegt noch immer im Zentrum der Stadt, direkt unter dem Alexanderplatz. Wir sind verabredet mit Sascha Keil vom Verein Berliner Unterwelten. Mit ihm wollen wir einen Eindruck gewinnen von diesem Bunker, der einmal für 3.500 Menschen geplant war. Das war der Plan, aber er ging nicht auf. Tatsächlich waren es weit mehr, die an diesem Ort Schutz suchen mussten und hier unten die Bombenangriffe der Alliierten erlebten. Durch diese unscheinbare Tür gehen wir jetzt und der beste Schutz gegen Vandalismus ist eben, dass der Zugang wenig bekannt ist. Dann geht man auch nicht weiter. Wir müssen jetzt hier vorne durch zwei weitere Türen. Hier haben wir auch direkt die erste bauliche Besonderheit. Und zwar sieht man hier ein Rampenhaus, eines von drei Rampenhäusern. Die hat man experimentell hier eingebaut, weil man vermutet und auch später festgestellt hat, hier können die Leute stolperfrei in kürzester Zeit und schneller als mit einem Treppenhaus in den Bunker rein. 3.500 Schutzplätze waren vorgesehen, drei Rampenhäuser, drei Aufbauten dazu auf dem Platz, auf dem Alexanderplatz selber. Und dann strömten die Leute hier rein. Wie viele waren es dann tatsächlich? Also wir gehen von drei- bis fünffacher Überbelegung am Ende des Krieges aus. In der letzten schlimmen Phase, 1945, haben wir also dann hier 15.000 und mehr. Manfred Gräber hat mehrere Bombenangriffe genau hier erlebt. Als Siebenjähriger flüchtete er mit seiner Mutter bei Fliegeralarm die Rampen des Bunkers hinab. Das muss man sich so vorstellen, dass die Menschen sehr aufgeregt mit ihrem Gepäck und den Kindern auf diesen Punkt zu eilten, wo sie wussten, dass sie hier in Sicherheit sind. Und hier in dieser Anlage kam zugute, dass man eben den Eingang nicht in Form von Treppen hatte, sondern man nannte das damals einfach die Rutsche. Und das würde ich sagen, haben teilweise die Kinder sogar aufmunternd zur Kenntnis genommen und sind da runtergerannt. In den Herbsttagen, als ich das erste Mal dann hier drin war, sind tatsächlich auch Bomben mit unmittelbarer Nähe eingeschlagen. Das war hier unten deutlich zu merken, dass es einen richtigen Ruck auch persönlich im Körper gab. Das Licht flackerte, ging aus, ging aber sofort wieder an und im Raum war sozusagen eine Stille eingetreten, eine Totenstille, bis dann die Menschen sich wieder sammelten und dann flüsterten und so, es ist nichts passiert. Und die Kinder hörten dann auch teilweise auch auf zu weinen. Das Leben im Bunker, geprägt von Enge, Dunkelheit und Angst. Oben aber, in den Straßen, ist die Lage in den letzten Kriegstagen noch viel schlimmer. Die Reichshauptstadt und ihre Menschen, ausgezehrt vom jahrelangen Bombardement der Alliierten, nun der Kampf gegen die Rote Armee, Haus um Haus, ständiger Beschuss, Tote und Trümmer in den Straßen. Die Sorge, was wird aus mir, meinen Verwandten, wenn ich denn überlebe, wenn dieser elende Krieg endlich vorbei ist. In den letzten Tagen des Hitlerreiches ging es für jeden Einzelnen dieser ausgebombten und verlorenen Stadt buchstäblich ums Überleben. Eine Situation, in der jede Begegnung, jedes Aufeinandertreffen, jede Entscheidung eine tödliche Gefahr sein konnte. Oder die Rettung. Halt! Stehenbleiben! Papiere! Was haben Sie jetzt zu suchen, Fenrich Bandmann? Ich bin versprengt. Meine Einheit. Aufgerieben. Wo soll das gewesen sein? In der Nähe des Bahnhofs Weißensee, gestern. Weißensee? Könnte stimmen. Wo wollen Sie jetzt hin? Keine Ahnung. Muss doch irgendwo eine Truppe geben, die mich noch brauchen kann. Sie wollen sich jetzt nicht zufällig verkrümeln. In Luft auflösen? Ganz bestimmt nicht. Sie melden sich sofort im Reichsluftfahrtministerium Willemstraße. Da gibt es eine Sammelstelle für Versprengte. Zu Befehl. Machen Sie keine Umwege, Fenrich Bandmann. Wir werden das nachprüfen. Die Reserteure und Plünderer wird mit aller Härte vorgegangen. Sie und Ihre Männer bekommen ihr Waffen-Munition. Wir haben nagelneue MG42 gekriegt. Das waren die Schnellschießen, die wir hatten überhaupt. Und die ganzen Taschen voller Munition haben wir uns gepackt. Handgranaten haben wir gekriegt, Eierhandgranaten, Panzerfäuste. Nachts um zwei bin ich mit Dendern abmarschiert. Danke. Sieht gar nicht so schlimm aus. Ach, was verstehst du denn davon, Mädchen? Das Mädchen heißt Jutta. Und besser als ein Bauchschuss ist das auf jeden Fall. Auch wahr. Wann kommt der Arzt? Haben wir nicht. Kriegen wir auch nicht mehr ein. Okay. Die brauchst du doch jetzt nicht mehr, oder? Wann komm. Kann ich die dann haben mit der Munition? Hey, ich bin alt genug. Was habe ich gemacht? Ich habe es ihm alles gegeben. Ich war froh, dass ich es los war. Hätte ich nicht machen sollen, aber... In dem Moment dachte ich, was sollst du damit noch? Das war eindeutig. Die Jungs waren ja alle so von der Erziehung her fanatisiert, dass sie das noch nicht geglaubt haben. Die haben das auch noch nicht geglaubt, dass das Schluss ist. Eine ganze Generation wuchs damals auf mit dem Kult um den Führer, der im Wahn endete. Ein Wahn, der auch heute noch unser Bild von Hitler prägt. Wir erwarten einen Hitler, der mörderisch ist, bösartig, Leute anschreit. Hitler war pragmatisch, charmant, konnte freundlich auf Leute zugehen. Und wir sind so überrascht, dass wir ihn sofort für einen kompetenten Menschen halten. In ihrer Fiktion wacht Hitler urplötzlich mitten in Berlin des Jahres 2011 auf. Niemand glaubt, dass er wirklich Hitler ist. Die Leute halten ihn für einen Comedian, der eine Hitler-Satire abliefert. Warum ist ihr Hitler im Deutschland des Jahres 2011 so erfolgreich? Ich denke aus zwei Gründen. Weil er erstens unglaublich anschlussfähig ist, weil es nicht darum geht, Leute zu überzeugen, sondern weil Hitler sehr häufig in bestimmten Punkten Leute da abholt, wo sie bereits sind, wie es ja Parteien auch heute gerne noch tun. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass er die Unzufriedenen sammelt, indem er einfach die Mängel der derzeitigen Gesellschaft aufzeigt und damit auf die Schwächen hinweist und sich als die vernünftige Alternative anbietet. Das funktioniert heute auch noch, wenn Sie über die in Berlin lästern. Dann sagt jeder, ja, das ist ja Wahnsinn, was die machen. Hast du völlig recht? Wahnsinn, das muss doch besser gehen. Und das sammelt er einfach ein. Wenn ihr Hitler jetzt so erfolgreich sein kann, was sagt das denn über unser aller Verhältnis zu ihm aus? Wir haben in 70 Jahren gelernt, dass Hitler ein Massenmörder ist, der größte Verbrecher der Menschheit und ein Verrückter. Und so einen erwarten wir, der zur Tür reinkommt. Und im Grunde genügt es einfach schon, ihm zu zeigen, wie er mehr oder weniger war, zurechnungsfähiger, pragmatischer, auch mal freundlicher und vielleicht einfach sogar charmanter. Und schon ist das jemand, der wieder als Buchfigur 400 Seiten trägt. Auch Hitler würde erstens ein Feuer mit Wasser löschen und nicht mit Benzin. Oder wir sind ganz verblüfft, dass Hitler der Ansicht ist, man sollte bitte mit dem Auto vorsichtig vor Kindergärten fahren. Das ist jetzt kein so weltbewegender Gedanke. Es ist tatsächlich, in der Gegenwart von Kindern soll man vorsichtig fahren. Das ist ein original Hitler-Gedanke. Aber wir trauen ihm inzwischen nicht mehr zu. Hitler muss fahren wie ein Irrer und er löscht ein Feuer mit Benzin. So denken wir, sollte er sein. Wir machen uns auf den Weg von Berlin aus Richtung Osten, nahe der polnischen Grenze. Wir sind auf den Spuren der Schlacht um die Selower Höhen. Sie war der Auftakt für den Marsch der Roten Armee auf Berlin. 120.000 Wehrmachtsoldaten standen hier gegen knapp eine Million Rotarmisten. Herr Köpp, wo sind wir hier? Wir stehen jetzt mitten in einem Luftraumbeobachtungsstand, der von der Wehrmacht 1936 schon errichtet worden ist. Die ersten sowjetischen Einheiten, die die Oda erreicht haben, sind noch über eine dünne Eisdecke rüber mit leichtem Gerät. Traf natürlich auf eine unvorbereitete deutsche Verteidigung, die erst im Laufe der Zeit dann verstärkt worden ist. Und hier verdichteten sich die Kampfhandlungen über mehrere Wochen. Also wir können hier von einem Stellungskrieg ausgehen, der sich im Frühjahr 1945 dann hier gewildet hat. Und dann ging es von hier aus weiter zum Kampf um die Selower Höhen. Und das war dann im April 1945. Und es ist Zeit, wieder einmal die Stellung zu wechseln. Bis zum Ende läuft die Propagandamaschine der Nazis. Eine zentrale Rolle spielt dabei dieses Gebäude hier in Berlin-Charlottenburg. Das Haus des Rundfunks. 1931 eröffnet war es nicht nur optisch ein echter Hingucker. Nach der Machtergreifung der Nazis ersetzt Goebbels das gesamte Personal durch NS-Funktionäre. Mit gerade einmal 17 Jahren fängt ein Junge namens Richard Bayer beim Großdeutschen Rundfunk an. Und wird bald dessen jüngster Nachrichtensprecher. Als die Kämpfe Berlin erreichen, zieht Bayer im Frühjahr 1945 in einen betongeschützten Sendebunker und verliest von dort die Propaganda-Berichte der Wehrmacht. Bis zum Schluss. In erbitterten Häuser und Straßenkämpfen halten Truppen aller Wehrmachtsteile, Hitlerjugend und Volkssturm den Stadtkern. Ein leuchtendes Sinnbild deutschen Heldentums. Damit beendet der Großdeutsche Rundfunk seine Sendefolgen. Wir grüßen alle Deutschen und gedenken noch einmal des heroischen deutschen Soldatentums zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Der Führer ist tot, es lebe das Reich. Mit diesen Worten endet das Programm des Großdeutschen Rundfunks. Nur neun Stunden später besitzen 200 Männer der Roten Armee dieses Haus. Am 13. Mai 1945, nur fünf Tage nach der deutschen Kapitulation, geht dann der Berliner Rundfunk auf Sendung. Zunächst mit einem einstündigen Programm. Die letzte sowjetische Wachmannschaft verlässt das Haus erst 1956. Der Sender Freies Berlin zieht ein und fusioniert 2003 mit dem ostdeutschen Rundfunk Brandenburg. Es entsteht der Rundfunk Berlin-Brandenburg. Das Haus des Rundfunks. Ein Ort der Gegenwart mit viel Geschichte und jeder Menge Symbolkraft. Trotz aller Durchhalteparolen, die Deutschen haben dem Bombardement der Alliierten nichts mehr entgegenzusetzen. In den Straßen ist es längst lebensgefährlich geworden. Und so fliehen die Menschen, wenn sie können, in die Bunker. Wo hier links und rechts die Räume abgehen, haben wir den Hauptgang auf dieser Etage. Und wir sehen immer die Türaufhängung. Es ist leider nur noch eine Tür vorhanden. Diese Rinden übrigens mit dem Ablauf in der Mitte, das ist eine weitere bauliche Besonderheit. Das ist wie gesagt ein Experimentalbau. Und man hat hier einige bauliche Besonderheiten eingesetzt, wie diese Kondensatrinden. Die liefen hier in der Mitte durch ein Gitter zusammen. Und so hat man die Kondensatflüssigkeit aus der Atemluft der vielen tausend Menschen oder auch Schweiß oder vergossene Flüssigkeit, hat man also hier aufgefangen und abgeführt. Auch eine ganz neue Sache, die ich noch nie in einer anderen Schutzanlage gesehen habe. Ja, war die Temperatur bei 15.000 Menschen dann auch wirklich höher, als man es gedacht hat, denke ich. Umso mehr Menschen in einem Raum ohne Trennwände, ohne Klimatisierung zusammenkommen, umso höher ist die Temperatur tatsächlich. Man muss dann eher Klamotten ausziehen, als noch was überzuziehen. Ja, das ist auch eine sehr spannende Stelle und zwar ein Treppenhaus, was scheinbar ins Nirgendwo führt. Das ist eine Verbindung zum Berliner U-Bahn-System. Hier liefen ja am Alexanderplatz mehrere Verkehrswege zusammen zu einem Knoten. Dieser blinde Tullstutzen nach Weißensee wurde ebenfalls als Luftschutzraum, als Zusatzkapazität, ausgebaut durch Trennwände und Bänke ausgestattet. Und am Ende des Krieges, als der Landwehrkanal, als die Decke des Landwehrkanals gesprengt wurde und das Wasser reinlief in das S- und U-Bahn-Netz, kam das Wasser auch hier in den Alexanderbunker rein und hat beide Etagen mehr oder weniger geflutet. Berlin-Mitte, Forststraße, 450 Meter lang. Das alles hier war früher ein einziges Gebäude, kaum vorstellbar. Damals war hier die neue Reichskanzlei, entworfen von Albert Speer. Ein Bauwerk, das alle Dimensionen sprengte. Über 400 Meter lang. Darin eine Marmorhalle, doppelt so lang wie der Spiegelsaal im Schloss von Versailles. Über 300 Meter mussten Gäste zurücklegen, um es bis zu Hitlers Arbeitszimmer zu schaffen. Und das war dann 400 Quadratmeter groß. Effektkunst, so hat Speer selber geurteilt. Man könnte auch sagen Einschüchterungsarchitektur. Denn genau danach verlangte Hitlers unstillbare Gier nach Größe. Heute ist von dieser Monstranz rein gar nichts mehr zu sehen. Wohngebäude, Geschäfte, eine Botschaft. Der neue Potsdamer Platz. Landesvertretungen verschiedener Bundesländer. Die Demokratie hat sich sozusagen breitgemacht auf dem Areal des Diktators. Sein Ende hat er hier auch gefunden. Im Garten der Reichskanzlei lag der Führerbunker. Eine Tafel erinnert an diesen Ort im Untergrund, in dem sich Hitler am 30. April 1945 das Leben nahm. Dieses Ende, genau hier im Bunker, eingeschlossen von der Roten Armee. Erst unendliche Macht, dann der Tod. Das Ende, das Nichts. Alles an einem Platz. Nichts ist geblieben aus dieser Welt des Größenwahns. Im Gegenteil, Wohnhäuser, wohin man sieht. Unspektakulärer, unscheinbarer geht es kaum. Der perfekte Gegenentwurf. Man darf die tiefe Verankerung des Naziregimes auch gerade Hitlers als Person oder als Idol, als Heiland oder was auch immer in der Bevölkerung nicht unterschätzen. Was wäre denn gewesen, wenn Hitler 1933 nicht die Macht hätte ergreifen können? Nun war nichts unwahrscheinlicher, als dass der Führer an die Macht gekommen wäre 1933. Wenn man sich vorstellt, im November 1932 waren die Nazis pleite, zerstritten. Und jetzt stellt man sich noch dazu vor, dass Hitler in 1932 umgekommen wäre. Vielleicht bei einem Flug, beim Wahlkampf oder ähnliches mehr. Der Führer ist ja gar nicht geflogen. Man stürzt ja auch manchmal ab. Ich glaube, dass der Zweite Weltkrieg als Krieg tief in den Eliten des Deutschen Reichs verankert war. Dass eigentlich nach der Niederlage 1918, da gibt es ja auch Dokumente, die das sehr deutlich zeigen, schon militärisch die Revanche geplant wurde. Es ging darum, dass die Niederlage 1918 als ein Betriebsunfall wahrgenommen wurde, der nicht durch die Schuld des Militärs, sondern durch den Versagen der Heimatfront zustande gekommen sei. Und selbstverständlich empfand man die Niederlage als zutiefst ungerecht. Und insofern wäre selbstverständlich, was die Planung angeht, eine Situation eingetreten, in der die Deutschen, die Führung, die Eliten, die militärische Führung auf die Idee hätte kommen können. Es ist die Zeit, dass wir beginnen, die Sache so zu regeln, wie wir sie eigentlich von Anfang an hätten regeln sollen. Das Problem Hitler ist im Prinzip die Zulage, wenn man das so nimmt. Das Problem Hitler ist der Vernichtungskrieg, ist die Judenverfolgung und was man auch sagen muss, weil es ja sehr oft auf die Judenverfolgung reduziert wird, das Problem. Sagen wir mal die Vielfalt des Massenmords. Das ist eine Spezialität von Hitler. Das heißt ja unter Zeithistorikern, ohne Hitler kein Zweiter Weltkrieg in dieser Form, ohne Hitler kein Holocaust. Wäre es denn wirklich zum Zweiten Weltkrieg gekommen ohne Hitler? Ein Göring beispielsweise hat ja noch im August des Jahres 1939 versucht, Hitler davon abzubringen. Mein Führer, wir wollen doch kein Warbon spülen. Ich habe in meinem Leben immer Warbon gespielt. Ich glaube, dass man daraus nicht die Schlussfolgerung ableiten kann, dass Göring nun ein Friedensengel gewesen wäre. Kein Pazifist. Er wollte keinen auf zwei Fronten. Genau das. Göring, andere auch. Das Militär hat ja auch gebremst. Das gleiche Militär, das 1918, 1919 gesagt hat, wir müssen diese Sache reparieren, also die Niederlage des Ersten Weltkrieges revidieren. Er haben 1939 das große Sausen bekommen, weil natürlich die Kräftekonstellation gerade am Hinblick auf einen möglichen Zweifrontenkrieg eine Katastrophe war eigentlich. Die Möglichkeit für der Wehrmacht, diesen Auftakt gegen Polen und Frankreich zu gewinnen, gegen die Engländer zu gewinnen, ja, das war eigentlich relativ unvorstellbar. Die Militärs haben Recht behalten. Im Frühjahr 1945 kommt es dann zur entscheidenden Schlacht um die Selower Höhen. Die russischen Truppen stehen nur noch wenige Kilometer vor der Reichshauptstadt. Die Berliner Operation soll den deutschen Widerstand endgültig brechen. Wie müssen wir uns die Szenerie hier im April 1945 vorstellen? Also wir befinden uns jetzt hier in der Beobachtungsstelle von Generaloberst Zhukov, in der auch am 16. April mit Beginn des Angriffs Zhukov vor Ort gewesen ist. Der flog ja eigens dafür ein. Er kam eigens dafür her, extra, um eben dabei zu sein, während seine Armeen, seine Soldaten hier die Selower Höhen erstürmen. Auch ein bisschen um den Ruhm abzusahnen. Stalin wollte ihn ja als Eroberer Berlins. Ja, einmal das und natürlich ist natürlich die Präsenz von einem Feldmarschall auf dem Schlachtfeld selber immer etwas Besonderes für den Soldaten. Wie lange blieb Zhukov hier? Man kann davon ausgehen, dass er wirklich nur bis zum Abend hier war, dann vielleicht unten sich in diesem Bunker befunden hat, in der Befehlsstelle, in diesem Stabsraum. Und dann vielleicht noch den nächsten Tag. Aber sehr lange wird er nicht hier gewesen. Die Russen schlagen die deutsche Wehrmacht auf den Selower Höhen. Der Weg nach Berlin ist frei. Das Hitler-Regime ist am Ende. Die militärische Niederlage endgültig besiegt. Die Stunde Null, hier hat sie begonnen. In diesem Wehrmachtsgebäude, einem Offizierscasino im Villenviertel von Berlin-Carsons. Das den Krieg fast unbeschädigt überstand. In den letzten Kriegstagen hatte sich hier der Kommandostab der Roten Armee eingerichtet. Die vollständige und politische Niederlage des Dritten Reiches war das oberste Kriegsziel der Gegner Deutschlands. Die eigentliche Kapitulation wurde ja am 7. Mai in Reims unterzeichnet. Diese Unterzeichnung war allerdings von deutscher Seite zunächst nur als Teilkapitulation vorgesehen, so wie das vorher schon in Berlin oder in Norditalien oder in Nordwestdeutschland der Fall gewesen war. Darauf hat sich der damalige Oberkommandierende der alliierten Streitkräfte, General Eisenhower, aber nicht eingelassen, sodass es eine Gesamtkapitulation sein sollte. Das Problem war nur, dass dort nur Generaloberst Jodel von deutscher Seite geschickt worden war. Und Jodel war eben als Chef des Wehrmachtsführungsstabes natürlich nicht befugt, für die gesamte Wehrmacht zu sprechen. Insofern kam man dann überein, in einer zweiten Phase eine zweite Zeremonie abzuhalten in Berlin-Karlshorst. Das ist der 8. Mai 1945. Bereits am späten Vormittag landen die Vertreter der westlichen Alliierten auf dem Flughafen Tempelhof. Die deutsche Delegation wird aus Flensburg eingeflogen. Von links Generaloberst Hans-Jürgen Stumpf für die Luftwaffe, Wilhelm Keitel, Generalfeldmarschall und Chef des Oberkommandos der Wehrmacht und Hans-Georg von Friedeburg als Generaladmiral, Vertreter der deutschen Marine. An diesem Tisch wird später Ihr Platz sein. Dann sollen Sie hier die Kapitulationsurkunde unterschreiben. Der Tag zieht sich. Die Zeremonie ist zwar sorgsam vorbereitet, aber noch fehlt die Bestätigung der russischen Übersetzung. Erst spät am Abend ist alles geklärt. Kurz vor Mitternacht. Marschall Georgi Schukow von der Roten Armee und der britische Vertreter, Luftmarschall Asa Tedder, sitzen an diesem Tisch und befehlen die Deutschen herein. Neben Schukow und Tedder noch Generals Barthes für die USA, sowie der Vertreter Frankreichs, General Delattre de Tassigny. Der Raum ist voll. Als Stumpf Keitel und von Friedeburg eintreten. Für die Deutschen bleibt nur der Platz am Rand. Ebenfalls anwesend sind zahlreiche Journalisten, Übersetzer und Hilfskräfte. Die Stimmung ist angespannt. Vor allem Keitel, Hitlers engster militärischer Berater, bemüht sich darum, Gelassenheit zu demonstrieren. So erinnert sich später Marschall Schukow. Dann kommt es hier zur Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Das NS-Reich ist Vergangenheit. Bei den Terminen war es besonders kompliziert. Die Kapitulation wurde schon am 7. Mai auf den 8. Mai 23.01 Uhr festgesetzt. Da in Deutschland, im Deutschen Reich, aber die Sommerzeit galt, war es faktisch 0.01 Uhr. Am 9. Mai also erst. Die Zeremonie in Karlshorst wurde rückwirkend auf den 8. Mai datiert. Da aber die Unterzeichnung in Karlshorst eben kurz nach Mitternacht erst stattfand, also kurz nach Mitternacht am 9. Mai, gilt für die Sowjetunion dieser Tag als der eigentliche Kapitulationstag. Aber um es zusammenzufassen, eigentlich findet die Kapitulation am 8. Mai um 23.01 Uhr statt und nach der deutschen Sommerzeit war es eben 0.01 Uhr am 9. Mai. Die ganze Zeremonie dauert in etwa eine Dreiviertelstunde. Alles läuft sehr nüchtern. Politische Erklärungen gibt es keine. Einzig Schuhkorf hält eine kurze Rede. Nachdem die Deutschen den Saal verlassen haben, erst dann löst sich die Stimmung. Das folgende Festbankett von Russen, Amerikanern, Briten und Franzosen dauert bis in den nächsten Morgen. Es ist der Moment dieser Verbündeten, die sich über alle weltanschaulichen Gegensätze hinweg zusammentaten, um Hitler-Deutschland zu besiegen. Es ist das Ende des Krieges in Europa. Und für Deutschland der Beginn der Stunde Null. Für uns ist es mal wieder Zeit, den Ort zu wechseln. Dieses Gelände hier, das ist bei uns wohl einzigartig. Wir sind hier in Rüdersdorf in Brandenburg, etwa 40 Kilometer östlich von Berlin-Mitte, auf dem Gelände einer früheren DDR-Tierfutterfabrik. Diese Ruinenlandschaft erinnert an das zerstörte Berlin. Und aus diesem Grund interessiert sich die Filmbranche für diesen Ort. Unter anderem wurde hier das Dokudrama »Die letzte Schlacht« gedreht, in dem es um die letzten Kriegstage in Berlin geht. Sascha Keil hat die Dreharbeiten begleitet. Herr Keil, was macht diesen Ort so interessant für historische Geschichten? Seine Verbindung aus Industrie und Kriegsoptik, dieser Dreharzt ist deswegen bei der Filmindustrie sehr beliebt. Man muss relativ wenig dazu bauen. Man hat bereits Mauerwerk mit etwas Nebel, mit Schwärzung von Steinen oder auch Bühnenbau. Hier haben wir zum Beispiel so einen Rest liegen. Ob man einfach Mauerwerk nachempunden hat, ist dieser Drehort sofort in eine Kriegskulisse zu verwandeln. Von welchen Dreharbeiten stammt das? Können Sie sich erinnern? Ich weiß, dass es von Dreharbeiten zu »Monuments Men« oder der letzten Schlacht oder auch aus dem Scharfschützen-Duell »Enemy at the Gates« stammen könnte. Das kann man jetzt im Einzelnen nicht mehr zuordnen. Der letzte Schlacht war ja das Projekt, das Sie begleitet haben. Woran können Sie sich spezifisch erinnern? Ich kann mich erinnern, dass wir hier teils gefroren haben in den kühlen Hallen. Ich kann mich erinnern, dass hier mit Fabry gearbeitet wurde. Es wurden Trümmermassen zusammengeschoben, um die Optik des kriegszerstörten Berlins und seiner Straßenzüge darzustellen. Und in diesem Film geht es unter anderem um die persönliche Geschichte von Stefan Dörnberg. 1924 in Berlin geboren, emigriert er mit seinen jüdischen Eltern 1935 in die Sowjetunion. Am Tag des Überfalls auf Stalins Reich meldet er sich freiwillig zur Roten Armee. In den letzten Kriegstagen ist er mit dabei beim Kampf um Berlin und hat so seinen Anteil am Ende des Hitler-Regimes. Und diese Geschichte wurde unter anderem hier gedreht. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Der Krieg ist für euch vorbei. Für den Hitler-Faschismus ist er schon lange verloren. Jeder Widerstand ist zwecklos. Die Rote Armee ist gekommen, um euch zu befreien. Der Hitler-Faschismus hat ganz Europa und die ganze Welt ins Unglück gestürzt. Nun ist es an der Zeit, ein neues, ein besseres Deutschland aufzubauen. Darauf haben wir seit Jahren gewartet, Genosse Leutnant. Seit heute, Dienstag, den 24. April 1945, ist Generaloberst Bersarin Stadtkommandant von Berlin. Aber in Berlin wird noch gekämpft, Genosse Leutnant. Der erste Befehl des Stadtkommandanten lautet... Erstens. Die Bevölkerung der Stadt hat volle Ordnung zu bewahren und an ihren Wohnsitzen zu verbleiben. Zweitens. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei und alle ihr unterstellten Organisationen sind aufzulösen. Ihre Tätigkeit wird hiermit verboten. Elftens. Verbände der Roten Armee und einzelne Militärangehörige, die in Berlin eintreffen, sind verpflichtet, nur in den von den militärischen Bezirks- und Revierkommandanten angewiesenen Unterkünften Quartier zu nehmen. Angehörigen der Roten Armee ist ohne Erlaubnis der militärischen Kommandanten die eigenmächtige Aussiedlung oder Umsiedlung der Einwohner, Entnahme von Gütern und Werten und Hausdurchsuchungen bei den Stadteinwohnern verboten. Woher sprechen Sie so gut Deutsch, Genosse Leutnant? Ich bin hier geboren. Aber... Das ist eine lange Geschichte. Ich war ja immer gegen die Nazis als alter Sozialdemokrat. Aha. Menschen wie mich brauchen Sie jetzt. Wie hieß der Vorsitzende der SPD vor 1933? 1933. Äh, das war der... Also, mir liegt es auf der Zunge. Mai 1945. Hitler ist tot. Das Land zerstört, die Menschen am Boden. Aber hätte der Krieg schon früher vorbei sein können? Ein Blick zurück. 1944, Juli, das Attentat auf Hitler wäre gelungen. Was wäre denn dann passiert, nach Ihrer Meinung? Realgeschichtlich wäre der Zweite Weltkrieg zu Ende gewesen. Das wäre... Es hätte möglicherweise im Inneren des Landes einen Bürgerkrieg gegeben. Zwischen NSDAP, SS und der Wehrmacht. Ja, wobei man so die Fronten so klar, glaube ich, nicht sehen kann. Also, ich glaube zum Beispiel schon, dass es in allen diesen, sagen wir mal, Machtfaktoren des Dritten Reiches Fraktionen gab, die für dieses oder jenes Ziel waren. Dass es natürlich die Endzeitkrieger gab, die unbedingt weiter das Vermächtnis des Führers und Ähnliches, die auch die Vernichtung zu Ende bringen wollten. Dass es natürlich Leute gab, die sagten, wir müssen die Sache abwickeln. Wir haben nicht einen Hauch an der Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Also, wir machen den Laden dicht, wir ersparen auch den alliierten Opfer. Und wir versuchen, einen Frieden auszuhangeln, der nicht ganz so katastrophal ist, in deren Sinne, wie es in deren Sinne, wer sei, war. Wäre bei all dem nicht das Allerwichtigste gewesen, dass wir Deutschen in der Nachkriegszeit hätten sagen können, wir, wir haben den Tyrannen selber umgelegt. Wissen Sie, was die Deutschen in ihrer Mehrheit in der direkten Nachkriegszeit gesagt hätten? Die hätten gesagt, hätte der Führer das überlebt, hätten wir den Krieg nicht verloren. Das ist die andere Variante. Ich glaube, das ist eigentlich für uns, für die demokratische Entwicklung in Westdeutschland oder später in Gesamtdeutschland, so brutal sich das jetzt anhört. Aber für die politische Hygiene ist das mit Sicherheit die richtige Lösung gewesen. Unmittelbar nach Ende des Krieges geht es für die meisten Deutschen darum, sich irgendwie mit dem Notwendigsten zu versorgen. Viele hatten alles verloren. Und so wurden die Bunkeranlagen der Hauptstadt erneut zum sicheren Rückzugsort für viele Berliner. So auch der Fichte-Bunker in Kreuzberg. Also erstens wollten die Menschen natürlich, nachdem der Kampf hier in den Straßen vorbei war, wollten die erst mal sehen, ob sie noch ein Zuhause haben, wo die Familie abgeblieben ist. Die Menschen waren in alle Richtungen zerstreut. Und sie strömten erst mal raus aus dem Bunker, wo sie die letzten Tage unter unhaltbaren hygienischen Zuständen zubringen mussten. Viele kamen in ihre Straße und haben nichts mehr vorgefunden. Sie hatten also kein Zuhause. Und wenn der Abend dämmert, man Hunger hat und einen Schlafplatz sucht, dann besannen sich viele Menschen und kamen hierher zurück, wo sie das letzte Mal ein stabiles Gebäude mit Dach über dem Kopf hatten. Eine Art Nachkriegsverwaltung kümmerte sich um die Bedürftigen, Obdachlosen, Vertriebenen, Kriegsheimkehrer. Wer bleiben durfte, wurde entlaust und bekam ein Bett für eine Nacht. Andere wurden nur registriert und weitergeschickt. Aber so gab es wenigstens eine Chance, seine Verwandten im Nachkriegschaos wiederzufinden. Der Flughafen Berlin-Tempelhof spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der deutsch-amerikanischen Beziehungen nach dem Krieg. Als die Amerikaner in Deutschland einmarschierten, hatten sie ein festes Feindbild. Jeder Deutsche war ein Nazi. Dieser Eindruck wurde verstarkt durch die grauenhaften Entdeckungen bei der Befreiung der Konzentrationslager. Die Strategie der Amerikaner, die Deutschen sollten erst mal Demokratie lernen. Dann kam der Kalte Krieg zwischen Amerika und der Sowjetunion. Jetzt wurden die Deutschen von den Amerikanern gebraucht, umworben, als Verbündete, ja sogar als Freunde. Die Reaktion vieler Deutscher darauf, gar nicht so begeistert. Erst die Berliner Luftbrücke, erst die Rosinenbombe, die hier in Tempelhof landeten und die Berliner und ihre Stadt am Leben erhielten, brachte den Durchbruch zu gegenseitigem Vertrauen. Viele Deutsche empfinden die Freundschaftsoffensive der Amerikaner als bloße Anbiederung. Die amerikanische Deutschlandpolitik steckt in einer Sackgasse. Da verhängt Stalin im Juni 1948 eine Blockade über Berlin. Berlin in diesen Tagen und Wochen kämpft gegen eine Krise gigantischen Ausmaßes. Nach der Währungsreform in den Westzonen und den sowjetrussischen Gegenmaßnahmen für die Ostzone und Berlin erfüllte Unsicherheit und Sorge die Stadt. Die Ungewissheit steigerte sich zu drohender Gefahr, als die Russen die Zufuhren nach den westlichen Sektoren sperrten. Über zwei Millionen Menschen wurden von Sowjetrussland Hunger und Not ausgesetzt, um politische Vorteile gegenüber den westlichen Alliierten zu erlangen. Es dauerte eben doch relativ lange, bis aus den Besatzungsmächten dann tatsächlich Schutzmächte würden. Und das beginnt eigentlich dann erst mit der Blockade Berlins und der Luftbrücke. Das US-Militär berät, wie man auf die Blockade Berlins reagieren soll. Die Lösung, die man findet, geht in die Geschichte ein. Die Deutschen bewundern jetzt den Mut der Amerikaner. Am Himmel über Berlin demonstrieren hunderte von Flugzeugen die Entschlossenheit der USA. Gleichzeitig aber gibt es in Washington Kreise, die West-Berlin seinem Schicksal überlassen wollen. Der Grund? Die US-Armee sieht sich nicht imstande, Berlin und Deutschland im Falle eines sowjetischen Angriffs zu verteidigen. Das Schicksal Westdeutschlands hängt am seidenen Faden. Obwohl der Generalstab der amerikanischen Armee das Weiße Haus bedrängt, Berlin fallen zu lassen, weigert sich Präsident Truman. Er will den Drohungen Stalins auf keinen Fall nachgeben. Stattdessen beauftragt er den amerikanischen Geheimdienst herauszufinden, wie realistisch ein sowjetischer Überfall auf Deutschland überhaupt sei. Durch Spionage fanden wir heraus, dass sie keinerlei Kriegsvorbereitungen trafen. Stalin wollte vieles, aber bestimmt keinen neuen Krieg. Ich glaube, diese Gefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Propaganda-Experten des Weißen Hauses erkennen die einmalige Chance, die sich ihnen bietet. Sie schlagen vor, die Deutschen in dem Glauben zu lassen, Stalin stehe kurz davor, Deutschland anzugreifen. Angesichts einer solchen Bedrohung soll den Deutschen eine Fortsetzung der Luftbrücke noch heldenhafter erscheinen. Alles hängt an der Entscheidung des amerikanischen Präsidenten. Die Luftbrücke wird aufrechterhalten. Nach 322 Tagen gibt Stalin auf und beendet die Blockade Berlins. Jetzt ist Amerika am Ziel. Nicht nur die Westberliner, fast alle Westdeutschen bejubeln die Amerikaner dankbar als ihre Retter. Der Antibolschewismus war natürlich ganz tief in die Köpfe der Deutschen eingeprägt worden durch den Nationalsozialismus. Der Beginn des Kalten Krieges hat an dieser Grundkonstellation natürlich nichts geändert, sondern viele Deutsche fühlten sich bestätigt in ihrer Ablehnung der Sowjetunion. Übrigens auch dadurch, dass die Befreiung vom Nationalsozialismus im Osten natürlich viel stärker als Besatzung und als neue Unterdrückung interpretiert wurde als im Westen. Und insofern war der Antibolschewismus als wichtiger Bestandteil des Kalten Krieges natürlich für die Deutschen eine große Entlastung. Denn damit war man plötzlich wieder auf der richtigen Seite der Geschichte. Deutschland ist das Land des Wirtschaftswunders. Das aber passierte erst in den 50er Jahren. Ehe es aber dazu kommen konnte, wurde vor allem gefremdelt. War es für die Amerikaner schon mühsam, aus den Deutschen echte Demokraten zu formen, so gab es nach Kriegsende bei uns auch große Widerstände gegen den Kapitalismus. Vor allem den Kapitalismus amerikanischer Prägung. Während Ludwig Erhard zum Wirtschaftsdirektor der Westzonen aufsteigt und im Sinne Amerikas die Marktwirtschaft predigt, beharren die großen politischen Parteien Deutschlands weiter auf einer sozialistischen Wirtschaftsordnung. Selbst in der CDU treten viele für einen Sozialismus aus christlicher Verantwortung ein. Die Wesensverschiedenheit in der Weltanschauung hindert uns nicht, mit den Männern des Marxismus in gemeinsamer Front zur Wiederaufrichtung unseres Vaterlandes zusammenzuarbeiten. Kein wahrer Christ und kein wirklicher Demokrat kann anders als es bejahen. Tut den Schritt zum Sozialismus. Ein Politiker tut sich innerhalb der CDU als Gegner der Sozialisierung besonders hervor. Adenauer will sich die Gunst der USA sichern. Deshalb verbündet er sich mit dem Mann, der Amerikas wirtschaftliche Positionen vertritt wie kein zweiter, Ludwig Erhard. Juni 1948. Die Wirtschaftsberater des Weißen Hauses erkennen, dass die Marktwirtschaft in Deutschland nur vorangebracht werden kann, wenn man die grassierende Inflation bekämpft. Eine stabile Währung, so die Hoffnung der Amerikaner, wird den Wirtschaftskreislauf wieder in Gang setzen. Da liegen sie, die deutschen Markscheine. 40 Mark für jeden. Das Startgeld in einen neuen Abschnitt des Daseins. Der erste Schritt zur Schaffung einer gesunden wirtschaftlichen Basis für die drei westlichen Zonen. Seit Kriegsende war kein Ereignis in Deutschland so einschneidend wie die Währungsreform. Keines so bedeutsam für die zukünftige Entwicklung. Ludwig Erhard avanciert für die Deutschen zum Vater der Währungsreform. Bei der Bundestagswahl 1949 gewinnt die CDU mit knapper Mehrheit vor der SPD. Konrad Adenauer wird Kanzler und ernennt Ludwig Erhard zum ersten Wirtschaftsminister der Bundesrepublik. Nach der Wahl verkündet Adenauer den wirtschaftspolitischen Kurs seiner Regierung. Die Frage, Planwirtschaft oder soziale Marktwirtschaft, hat im Wahlkampf eine überrahrende Rolle gespielt. Die Zwangswirtschaft werden wir überall dort, wo wir es irgendwie verantworten können, beseitigen. Die Amerikaner haben ein wesentliches Etappenziel erreicht. In Westdeutschland regieren jetzt zwei Politiker, die entschlossen für die Marktwirtschaft eintreten. Dieses Gesamtkonzept der Amerikaner, was wir heute als Stabilisierungspolitik beschreiben, ist eben in sich außerordentlich erfolgreich gewesen. Man darf auch nicht vergessen, dass etwa 70 Prozent der Infrastruktur in der Industrie den Krieg überdauert hatte. Das heißt, man hatte nicht nur die Infrastruktur, sondern eben auch den Willen zum Wiederaufbau. Man verfügte auch über ein motiviertes Arbeitskräftepotenzial, was qualifiziert war, sodass man eben relativ schnell mit dem Beginn des Marshallplans auch ökonomisch wieder auf die Beine kam. Aber insgesamt war es so, dass nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in allen anderen Bereichen, Politik, Gesellschaft, Kultur, eine Stunde Null natürlich nie Wirklichkeit gewesen ist. Wir fahren noch einmal raus, Richtung polnische Grenze, zu den Selower Höhen, dem Ort, an dem die Schlacht um Berlin entschieden wurde. Als der Krieg zu Ende war, mussten die einfachen Soldaten der Roten Armee hier noch Wochen oder sogar Monate verbringen, ehe sie in ihre Heimat zurückkehren konnten. Der Archäologe Thomas Kersting startete hier im April 2015 mit seinem Team Ausgrabungen, um neue Erkenntnisse über das Leben der Rotarmisten zu gewinnen. Was wir hier haben, ist auch für uns neu. Das sind Hinterlassenschaften der Roten Armee aus 1945, wie wir annehmen und vermuten müssen. Und es handelt sich offensichtlich um die Reste von Grubenhäusern, von Blockhäusern, die halb eingegraben sind und die hier an diesem Waldweg sich wirklich zu Hunderten befinden und wo tausende Rotarmisten untergebracht gewesen sein müssen. Schauen wir doch mal runter und schauen uns eine dieser Grabungen mal an. Bisschen vorsichtig. Was ist das zum Beispiel? Ja, das ist schon ein Teil der Inneneinrichtung. Wir stehen ja jetzt praktisch in dem rechteckigen Haus. Sie müssen sich vorstellen, dass das also Blockwände hatte, ein Dach drüber und man hat natürlich einen Ofen gebraucht. Und der Rotarmist, der schnitzt sich natürlich einen Ofen aus einer Wasser- oder Milchkanne. Noch wissen wir es nicht genau. Das ist eine geläufige Form, so aus den 30er Jahren. Da schneidet man ein Loch rein, ein Schürloch, einen Abzug oben und hat einen Ofen, der wahrscheinlich die Bude dann ganz gut heizen konnte. Man muss sich vorstellen, dass diese Blockhäuser, das ist eine ganz gängige Bauform natürlich im slawischen Bereich überhaupt seit Jahrhunderten, wird in Russland heute noch angelegt. Und die Soldaten haben offensichtlich, ich glaube abseits eigentlich kriegerischer Handlungen, diese ganz regelmäßige Anlage hier gebaut. Ich vermute nach der Kapitulation, als noch nicht klar war, wohin die vielen, vielen Soldaten dann mal untergebracht werden. Und so denke ich, dass die hier also in den vermutlich Sommermonaten 1945 gewesen sind. Und die haben hier gelebt, ihren Alltag vollbracht, wie es ja immer so ist, die Archäologie, die fasst ja normalerweise den Alltag des kleinen Mannes. Und so ist es ja auch. Man sieht es am Fundmaterial, also solche Einrichtungsgegenstände, aus solchen Geschosshülsen hat man sich zum Beispiel Beleuchtungen hergestellt. Da machte man ein Docht rein, Maschinenöl, dann hatte man also ein Licht. Wir haben alle möglichen anderen Dinge, die zum Teil militärischer Funktion sind, aber auch kuriose Sachen, die erstmal überraschend sind. Wir haben also eine ganze Reihe von Koppelschlössern, also militärischen Gürtelschließen. Man sieht auf den ersten Blick, Sie sagen es richtig, das ist eine ursprüngliche Wehrmachtsgürtelschließe gewesen. Man sieht hier im Inneren den Reichsadler und das Hakenkreuz, aber außen... Gott mit uns. Gott mit uns, wie sich es gehört, steht hier alles drin in Spiegelschrift. Und außen hat der Russe aber es offensichtlich geglättet und den Sowjetstern offensichtlich als Siegeszeichen hier aufgebracht. Und gerade eben haben mir die Kollegen dieses Stück hier gebracht, einen Sowjetstern, ganz grob ausgeschnitten aus Blech. Das haben wir mittlerweile dutzend- und hundertfach. Das war den einfachen Soldaten offenbar so wichtig, sich selber dieses, ihr eigenes Siegessymbol provisorisch herzustellen. Das stand für die ganz groß im Vordergrund. Und hier auf dieser Schnalle haben wir es ja gleichzeitig, die Überprägung des Faschismus, die Auslöschung. Also besser kann man es sich nicht wünschen, die klassische Situation. Und was hatten sie außerdem? Solche Schablonen hier aus einem ganz starken Blech ausgesägt, um also solche Sterne drauf zu ritzen, irgendwo auszustanzen. Und ich finde, das ist abseits der ganzen historischen Quellen, die wir natürlich haben. Natürlich weiß man, was im Krieg gewesen ist, was danach dem Krieg gewesen ist. Aber wie der einzelne kleine Rotarmist so drauf war, was der wichtig fand in dieser Zwischenzeit zwischen Krieg und Frieden, wenn man so will, das fand ich schon verblüffend und sehr eindrucksvoll, dass das also bis zum einzelnen Mann, das so im Vordergrund stand, dieses Auslöschen, dieses Überprägen, dieses Triumphieren, wenn man so will, der Sowjetmacht, das hat die Leute also offensichtlich bewegt. Ich stelle fest, der Zweite Weltkrieg ist ein wichtiges Themenfeld der Archäologie geworden. Wir schauen unsere App und Zeit, dass wir den Schauplatz wechseln. Der Flughafen Tempelhof hat Geschichte geschrieben. Erst als Ort der Macht und Größe des Dritten Reichs, später kam die Luftbrücke und mit ihr wurde dieser Flughafen zum Symbol für die Freiheit und Verbundenheit mit den Amerikanern. Den ersten Flug gab es hier 1923. Schon sieben Jahre später war Tempelhof, gemessen an den Passagierzahlen, der größte Flughafen Europas. Ab 1935 geplant, wird Tempelhof wegen des Kriegsbeginns nie wirklich vollendet. Dennoch setzt dieser Bau Maßstäbe 1,3 Kilometer lang, 7.266 Räume, verteilt auf einer Fläche von 300.000 Quadratmetern, damals das größte zusammenhängende Gebäude Europas. Der Flughafen wird zum idealen Rahmen für Hitlers Propaganda. Ein Symbol für die vermeintliche Unvergänglichkeit des NS-Regimes. Geworden ist aus dieser Unvergänglichkeit ein demokratisches Deutschland. Und das war durchaus ein langer Weg, bis die Deutschen lernten, Demokraten zu sein. Doch wie gefestigt ist unsere Demokratie eigentlich? Ich denke, viele sind überrascht und enttäuscht, was ihnen diese Politik und diese Demokratie alles zumutet. Weil sie denken, das müsste anders sein. Weil sie denken, sie hätten eine Demokratie, weil die sicherstellt, dass sie alles kriegen, was sie wollen, mehr oder weniger, das des Volkes Wille umgesetzt ist. Tatsächlich ist Demokratie eine unglaublich anstrengende Regierungsform. Sie müssen Dinge ertragen von anderen Leuten. Und das gehört zu der Form. Und das ist nicht immer die wunderschönste Lösung, die wir kriegen, sondern meistens ist es die Lösung, mit der die meisten von uns noch am ehesten leben können. Und bei der zugleich die meisten anderen noch am wenigsten überfahren werden. Das klingt nicht richtig attraktiv, das klingt nicht richtig schön, aber sie müssen den Leuten sagen, dass das das ist, was sie erwarten können. Im Gegenzug können und dürfen sie leben, wie sie wollen. Das ist der Deal. An der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung hatten die Frauen in der Nachkriegszeit einen besonderen Anteil. Die Männer waren vielfach gefallen oder noch in Kriegsgefangenschaft. Frauen mussten also an ihre Stelle treten, neue zusätzliche Aufgaben übernehmen. Und das taten sie. Frauen in der Stunde Null. Fast zwei Drittel der überlebenden Erwachsenen sind Frauen. Und beinahe alle Trümmerfrauen. Am schlimmsten ist der Hunger. Lebensmittel sind knapp. Viele Mütter und Kinder sind unterernährt. Krankheiten wie die Tuberkulose breiten sich aus. Berufstätige Frauen haben keine Ehefrauen. Viele versorgen sich deshalb gegenseitig. Solche aus der Not geborenen Frauenfamilien könnten doch rechtlich der Ehe gleichgesetzt werden, überlegt 1948 sogar die bekannte Frauenzeitschrift Konstanze. Fast alle waren Trümmerfrauen? Nein, sagt Leonie Treber. Sie hat geforscht und kommt zu ganz anderen Ergebnissen. Ergebnisse, die unser Bild vom Mythos Trümmerfrauen ins Wanken bringen. Trümmerfrauen in Berlin und in der sowjetischen Besatzungszone, das waren sogenannte Bauhilfsarbeiterinnen, die von den Arbeitsämtern zur Trümmerräumung eingesetzt wurden. Und die das eben keinesfalls freiwillig gemacht haben. Und dieses Phänomen der Trümmerfrau hat es so in Westdeutschland beispielsweise nicht gegeben. Die alliierten Militärregierungen haben zuallererst ehemalige NSDAP-Mitglieder und deutsche Kriegsgefangene zur Trümmerräumung eingesetzt. Und gerade in Berlin und in der sowjetischen Besatzungszone gab es überproportional viele Frauen im arbeitsfähigen Alter. Und für sie musste ein Vorbild geschaffen wurden, womit sich transportieren ließ, dass Trümmerräumung eben eine ehrenhafte Arbeit war. Und da wurde eben mit der Trümmerfrau in den Brauenzeitschriften oder auch den Tageszeitungen eben das Bild der Trümmerfrau kreiert, die eben diese Arbeit freiwillig macht und die das als heldenhafte Tat versteht. Und nun einige Beispiele, die zeigen, dass die Frau heute nicht nur ihren Mann steht, sondern auch vielfach den Mann ersetzt. Wie hier zum Beispiel eine Bäckermeisterin in Gelsenkirchen. Oder hier eine Kranführerin im Ruhrgebiet. Juni 1948. Die D-Mark ist da. Und die Frauen an Rhein, Ruhr und Weser können nun Brot, Butter oder Eier einfach im Laden kaufen. Die Zeit der Hamsterfahrten ist vorbei. Die deutschen Männern, die bei Kriegsende in Gefangenschaft gerieten, finden sich nun als Heimkehrer in einem fremden Land wieder. Die Frauen wurden selbstständiger. Und auch das trug zum Bild der zupackenden Trümmerfrau bei. Leonie Kreber versucht mit ihrer Studie, dieses einseitige und idealisierte Bild von den Trümmerfrauen genauer zu fassen. In der sowjetischen Besatzungszone und dann eben in der späteren DDR knüpfte man eben nahtlos an diese Bilder an, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit von der heldenhaften Trümmerfrau gezeichnet worden sind. In der DDR konnte man eben die Trümmerfrau nutzen als Vorbild für die Frau im Männerberuf, weil man im Sozialismus sich versprach, die Gleichberechtigung der Frau über ihre Erwerbstätigkeit herbeizuführen. Insofern hatte die Trümmerfrau in der Erinnerungskultur der DDR einen beständigen und festen Platz bis zur Wende. In der BRD war das komplett anders. Hier war die Erinnerung an die Trümmerfrau in den 50er Jahren zunächst dezidiert auf West-Berlin beschränkt. Und in der restlichen BRD kannte man dieses positive Bild der Trümmerfrau nicht. Letztlich hat sich bis zur Wende, haben sich in DDR und BRD sehr kompatible Trümmerfrauenbilder herausgebildet. Und insofern konnte die Erinnerungsfigur der Trümmerfrau die Wende überleben. Und wir haben heute einen gesamtdeutschen Erinnerungsort der Trümmerfrau. Eine Kultur des Erinnerns. Das ist nach wie vor eine sehr aktuelle Frage. Wie gehen wir um mit diesem Krieg, seinem Vermächtnis? Und auch, wo sind die Orte, die uns in ganz besonderer Weise an diesen Krieg erinnern, auch 70 Jahre später? Der Flughafen Tempelhof ist ein gutes Beispiel. Im Zweiten Weltkrieg blieb der Flughafen weitgehend von Zerstörungen verschont und konnte so weiter Geschichte schreiben. In den folgenden Jahrzehnten wird Tempelhof dann das, was es eigentlich schon immer sein sollte. Ein beliebter, aber doch ganz normaler Flughafen. Dennoch ist sein Schicksal schon damals besiegelt. Die Lage im Zentrum der Stadt ist zu gefährlich. 2008 wird der Flugverkehr endgültig eingestellt. Heute ist Tempelhof durchaus ein lebendiger Ort. Großveranstaltungen, Partys, Messen gibt es hier zuhauf. Unternehmen siedeln sich an. Hier hat man einen ganz besonderen Blick auf eine beliebte Geschichte. Lebendig ist vor allem die Diskussion hier in der Stadt, wie es mit dem Gelände weitergehen soll. Bebauungspläne des Berliner Senats wurden nach einem Volksentscheid erst einmal auf Eis gelegt. Und so ist das Tempelhofer Feld heute ein Treffpunkt geworden für alle Berliner und Berlin-Besucher. Der Flughafen als Kulisse und Ort zum Wohlfühlen. Das ist ganz sicher ein gutes Signal. Der Flughafen hat sie begonnen in diesem Wehrmachtsgebäude, einem Offizierscasino im Villenviertel von Berlin-Kassos, das den Krieg fast unbeschädigt überstand. In den letzten Kriegstagen hatte sich hier der Kommandostab der Roten Armee eingerichtet. Die vollständige und politische Niederlage des Dritten Reiches war das oberste Kriegsziel der Gegner Deutschlands. Die eigentliche Kapitulation wurde ja am 7. Mai in Reims unterzeichnet. Diese Unterzeichnung war allerdings von deutscher Seite zunächst nur als Teilkapitulation vorgesehen, so wie das vorher schon in Berlin oder in Norditalien oder in Nordwestdeutschland der Fall gewesen war. Darauf hat sich der damalige Oberkommandierende der alliierten Streitkräfte, General Eisenhower, aber nicht eingelassen, sodass es eine Gesamtkapitulation sein sollte. Das Problem war nur, dass dort nur Generaloberst Jodel von deutscher Seite geschickt worden war. Und Jodel war eben als Chef des Wehrmachtsführungsstabes natürlich nicht befugt, für die gesamte Wehrmacht zu sprechen. Insofern kam man dann überein, in einer zweiten Phase eine zweite Zeremonie abzuhalten in Berlin-Karlshorst. Es ist der 8. Mai 1945. Bereits am späten Vormittag landen die Vertreter der westlichen Alliierten auf dem Flughafen Tempelhof. Die deutsche Delegation wird aus Flensburg eingeflogen. Von links Generaloberst Hans-Jürgen Stumpf für die Luftwaffe, Wilhelm Keitel, Generalfeldmarschall und Chef des Oberkommandos der Wehrmacht und Hans-Georg von Friedeburg als Generaladmiral, Vertreter der deutschen Marine. An diesem Tisch wird später Ihr Platz sein. Dann sollen Sie hier die Kapitulationsurkunde unterschreiben. Der Tag zieht sich. Die Zeremonie ist zwar sorgsam vorbereitet, aber noch fehlt die Bestätigung der russischen Übersetzung. Erst spät am Abend ist alles geklärt. Kurz vor Mitternacht Marschall Georgi Schukow von der Roten Armee und der britische Vertreter, Luftmarschall Asa Tedder, sitzen an diesem Tisch und befehlen die Deutschen herein. Neben Schukow und Tedder noch Generals Barth für die USA sowie der Vertreter Frankreichs, General de Latre de Tassigny. Der Raum ist voll. Als Stumpf Keitel und von Friedeburg eintreten. Für die Deutschen bleibt nur der Platz am Rand. Ebenfalls anwesend sind zahlreiche Journalisten, Übersetzer und Hilfskräfte. Die Stimmung ist angespannt. Vor allem Keitel, Hitlers engster militärischer Berater, bemüht sich darum, Gelassenheit zu demonstrieren. So erinnert sich später Marschall Schukow. Dann kommt es hier zur Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Das NS-Reich ist Vergangenheit. Bei den Terminen war es besonders kompliziert. Die Kapitulation wurde schon am 7. Mai auf den 8. Mai 23.01 Uhr festgesetzt. Da in Deutschland dankbar als ihre Retter. Also der Antibolschewismus war natürlich ganz tief in die Köpfe der Deutschen eingeprägt worden durch den Nationalsozialismus. Und der Beginn des Kalten Krieges hat an dieser Grundkonstellation natürlich nichts geändert, sondern viele Deutsche fühlten sich bestätigt in ihrer Ablehnung der Sowjetunion. Übrigens auch dadurch, dass die Befreiung vom Nationalsozialismus im Osten natürlich viel stärker als Besatzung und als neue Unterdrückung interpretiert wurde als im Westen. Und insofern war der Antibolschewismus als wichtiger Bestandteil des Kalten Krieges natürlich für die Deutschen eine große Entlastung. Denn damit war man plötzlich wieder auf der richtigen Seite der Geschichte. Deutschland ist das Land des Wirtschaftswunders. Das aber passierte erst in den 50er Jahren. Ehe es aber dazu kommen konnte, wurde vor allem gefremdelt. War es für die Amerikaner schon mühsam, aus den Deutschen echte Demokraten zu formen, so gab es nach Kriegsende bei uns auch große Widerstände gegen den Kapitalismus. Vor allem den Kapitalismus amerikanischer Prägung. Während Ludwig Erhard zum Wirtschaftsdirektor der Westzonen aufsteigt und im Sinne Amerikas die Marktwirtschaft predigt, beharren die großen politischen Parteien Deutschlands weiter auf einer sozialistischen Wirtschaftsordnung. Selbst in der CDU treten viele für einen Sozialismus aus christlicher Verantwortung ein. Die Wesensverschiedenheit in der Weltanschauung hindert uns nicht. Mit den Männern des Marxismus in gemeinsamer Front zur Wiederaufrichtung unseres Vaterlandes zusammenzuarbeiten. Kein wahrer Christ und kein wirklicher Demokrat kann anders als es bejahen. Tut den Schritt zum Sozialismus. Ein Politiker tut sich innerhalb der CDU als Gegner der Sozialisierung besonders hervor. Adenauer will sich die Gunst der USA sichern. Deshalb verbündet er sich mit dem Mann, der Amerikas wirtschaftliche Positionen vertritt wie kein zweiter, Ludwig Erhard. Juni 1948. Die Wirtschaftsberater des Weißen Hauses erkennen, dass die Marktwirtschaft in Deutschland nur vorangebracht werden kann, wenn man die grassierende Inflation bekämpft. Eine stabile Währung, so die Hoffnung der Amerikaner, wird den Wirtschaftskreislauf wieder in Gang setzen. Da liegen sie, die deutschen Markscheine. 40 Mark für jeden. Das Startgeld in einen neuen Abschnitt des Daseins. Der erste Schritt zur Schaffung einer gesunden wirtschaftlichen Basis für die drei westlichen Zonen. Seit Kriegsende war kein Ereignis in Deutschland so einschneidend wie die Währungsreform. Keines so bedeutsam für die zukünftige Entwicklung. Ludwig Erhard avanciert für die Deutschen zum Vater der Währungsreform. Es war nur, dass dort nur Generaloberst Jodel von deutscher Seite geschickt worden war. Und Jodel war eben als Chef des Wehrmachtsführungsstabes natürlich nicht befugt, für die gesamte Wehrmacht zu sprechen. Insofern kam man dann überein, in einer zweiten Phase eine zweite Zeremonie abzuhalten in Berlin-Karlshorst. Es ist der 8. Mai 1945. Bereits am späten Vormittag landen die Vertreter der westlichen Alliierten auf dem Flughafen Tempelhof. Die deutsche Delegation wird aus Flensburg eingeflogen. Von links Generaloberst Hans-Jürgen Stumpf für die Luftwaffe, Wilhelm Keitel, Generalfeldmarschall und Chef des Oberkommandos der Wehrmacht und Hans-Georg von Friedeburg als Generaladmiral, Vertreter der deutschen Marine. An diesem Tisch wird später Ihr Platz sein. Dann sollen Sie hier die Kapitulationsurkunde unterschreiben. Der Tag zieht sich. Die Zeremonie ist zwar sorgsam vorbereitet, aber noch fehlt die Bestätigung der russischen Übersetzung. Erst spät am Abend ist alles geklärt. Kurz vor Mitternacht Marschall Georgi Schukow von der Roten Armee und der britische Vertreter, Luftmarschall Asa Tedder, sitzen an diesem Tisch und befehlen die Deutschen herein. Neben Schukow und Tedder noch Generals Barthes für die USA, sowie der Vertreter Frankreichs, General Delattre de Tassigny. Der Raum ist voll. Als Stumpf Keitel und von Friedeburg eintreten. Für die Deutschen bleibt nur der Platz am Rand. Ebenfalls anwesend sind zahlreiche Journalisten, Übersetzer und Hilfskräfte. Die Stimmung ist angespannt. Vor allem Keitel, Hitlers engster militärischer Berater, bemüht sich darum, Gelassenheit zu demonstrieren. So erinnert sich später Marschall Schukow. Dann kommt es hier zur Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Das NS-Reich ist Vergangenheit. Bei den Terminen war es besonders kompliziert. Die Kapitulation wurde schon am 7. Mai auf den 8. Mai 23.01 Uhr festgesetzt. Da in Deutschland, im Deutschen Reich, aber die Sommerzeit galt, war es faktisch 0.01 Uhr, am 9. Mai also erst. Die Zeremonie in Karlshorst wurde rückwirkend auf den 8. Mai datiert. Da aber die Unterzeichnung in Karlshorst eben kurz nach Mitternacht erst stattfand, also kurz nach Mitternacht am 9. Mai gilt für die Sowjetunion dieser Tag als der eigentliche Kapitulationstag. Aber um es zusammenzufassen, eigentlich findet die Kapitulation am 8. Mai um 23.01 Uhr statt. Und nach der deutschen Sommerzeit war es eben 0.01 Uhr am 9. Mai. Die ganze Zeremonie dauert in etwa eine Dreiviertelstunde. Alles läuft sehr nüchtern. Politische Erklärungen gibt es keine. Einzig Schukow fällt eine kurze Rede. Nachdem die Deutschen den Saal verlassen haben, erst im Inneren des Landes einen Bürgerkrieg gegeben. Zwischen NSDAP, SS und der Wehrmacht. Ja, wobei man die Fronten so klar, glaube ich, nicht sehen kann. Also ich glaube zum Beispiel schon, dass es in allen diesen Machtfaktoren des Dritten Reiches Fraktionen gab, die für dieses oder jenes Ziel waren. Dass es natürlich die Endzeitkrieger gab, die unbedingt weiter das Vermächtnis des Führers und Ähnliches, die auch die Vernichtung zu Ende bringen wollten. Dass es natürlich Leute gab, die sagten, wir müssen die Sache abwickeln. Wir haben nicht den Hauch an der Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Also wir machen den Laden dicht. Wir ersparen auch den alliierten Opfer. Und wir versuchen, einen Frieden auszuhangeln, der nicht ganz so katastrophal ist, in deren Sinne, wie es in deren Sinne sei, war. Wäre bei all dem nicht das Allerwichtigste gewesen, dass wir Deutschen in der Nachkriegszeit hätten sagen können, wir, wir haben den Tyrannen selber umgelegt. Wissen Sie, was die Deutschen in ihrer Mehrheit in der direkten Nachkriegszeit gesagt hätten? Die hätten gesagt, hätte der Führer das überlebt, hätten wir den Krieg nicht verloren. Das ist die andere Variante. Ich glaube, das ist eigentlich für uns, für die demokratische Entwicklung in Westdeutschland oder später in Gesamtdeutschland, so brutal sich das jetzt anhört. Aber für die politische Hygiene ist das mit Sicherheit die richtige Lösung gewesen. Unmittelbar nach Ende des Krieges geht es für die meisten Deutschen darum, sich irgendwie mit dem Notwendigsten zu versorgen. Viele hatten alles verloren. Und so wurden die Bunkeranlagen der Hauptstadt erneut zum sicheren Rückzugsort für viele Berliner. So auch der Fichte-Bunker in Kreuzberg. Also erstens wollten die Menschen natürlich, nachdem der Kampf hier in den Straßen vorbei war, wollten die erst mal sehen, ob sie noch ein Zuhause haben, wo die Familie abgeblieben ist. Die Menschen waren in alle Richtungen zerstreut und sie strömten erst mal raus aus dem Bunker, wo sie die letzten Tage unter unhaltbaren hygienischen Zuständen zubringen mussten. Viele kamen in ihre Straße und haben nichts mehr vorgefunden. Sie hatten also kein Zuhause. Und wenn der Abend dämmert, man Hunger hat und einen Schlafplatz sucht, dann besannen sich viele Menschen und kamen hierher zurück, wo sie das letzte Mal ein stabiles Gebäude mit Dach über dem Kopf hatten. Eine Art Nachkriegsverwaltung kümmerte sich um die Bedürftigen, Obdachlosen, Vertriebenen, Kriegsheimkehrer. Wer bleiben durfte, wurde entlaust und bekam ein Bett für eine Nacht. Andere wurden nur registriert und weitergeschickt. Aber so gab es wenigstens eine Chance, seine Verwandten im Nachkriegschaos wiederzufinden. Der Flughafen Berlin-Tempelhof spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der deutsch-amerikanischen Beziehungen nach dem Krieg. Als die Amerikaner in Deutschland einmarschierten, hatten sie ein festes Feindbild. Jeder Deutsche war ein Nazi. Dieser Eindruck wurde verstarkt durch die grauenhaften Entdeckungen bei der Befreiung der Konzentrationslager. Die letzte Schlacht war ja das Projekt, das Sie begleitet haben. Woran können Sie sich spezifisch erinnern? Ich kann mich erinnern, dass wir hier teils gefroren haben in den kühlen Hallen. Ich kann mich erinnern, dass hier mit Fabry gearbeitet wurde. Es wurden Trümmermassen zusammengeschoben, um die Optik des kriegszerstörten Berlins und seiner Straßenzüge darzustellen. Und in diesem Film geht es unter anderem um die persönliche Geschichte von Stefan Dörnberg. 1924 in Berlin geboren, emigriert er mit seinen jüdischen Eltern 1935 in die Sowjetunion. Am Tag des Überfalls auf Stalins Reich meldet er sich freiwillig zur Roten Armee. In den letzten Kriegstagen ist er mit dabei beim Kampf um Berlin und hat so seinen Anteil am Ende des Hitler-Regimes. Und diese Geschichte wurde unter anderem hier gedreht. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Der Krieg ist für euch vorbei. Für den Hitler-Faschismus ist er schon lange verloren. Jeder Widerstand ist zwecklos. Die Rote Armee ist gekommen, um euch zu befreien. Der Hitler-Faschismus hat ganz Europa und die ganze Welt ins Unglück gestürzt. Nun ist es an der Zeit, ein neues, ein besseres Deutschland aufzubauen. Darauf haben wir seit Jahren gewartet, Genosse Leutnant. Seit heute, Dienstag, den 24. April 1945, ist Generaloberst Bersarin Stadtkommandant von Berlin. Aber in Berlin wird noch gekämpft, Genosse Leutnant. Der erste Befehl des Stadtkommandanten lautet... Erstens. Die Bevölkerung der Stadt hat volle Ordnung zu bewahren und an ihren Wohnsitzen zu verbleiben. Zweitens. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei und alle ihr unterstellten Organisationen sind aufzulösen. Ihre Tätigkeit wird hiermit verboten. Elftens. Verbände der Roten Armee und einzelne Militärangehörige, die in Berlin eintreffen, sind verpflichtet, nur in den von den militärischen Bezirks- und Revierkommandanten angewiesenen Unterkünften Quartier zu nehmen. Angehörigen der Roten Armee ist ohne Erlaubnis der militärischen Kommandanten die eigenmächtige Aussiedlung oder Umsiedlung der Einwohner, Entnahme von Gütern und Werten und Hausdurchsuchungen bei den Stadteinwohnern verboten. Woher sprechen Sie so gut Deutsch, Genosse Leutnant? Ich bin hier geboren. Aber... Das ist eine lange Geschichte. Ich war ja immer gegen die Nazis als alter Sozialdemokrat. Aha. Menschen wie mich brauchen Sie jetzt. Wie hieß der Vorsitzende der SPD vor 1933? 1933. Äh, das war der... Also, mir liegt es auf der Zunge. Mai 1945. In diesem Bunker befunden hat er in der Befehlsstelle, in diesem Stabsraum. Und dann vielleicht noch den nächsten Tag. Aber sehr lange wird er nicht hier gewesen. Die Russen schlagen die deutsche Wehrmacht auf den Seelower Höhen. Der Weg nach Berlin ist frei. Das Hitler-Regime ist am Ende. Die militärische Niederlage endgültig besiegt. Die Stunde Null, hier hat sie begonnen. In diesem Wehrmachtsgebäude, einem Offizierscasino im Villenviertel von Berlin-Karsons. Das den Krieg fast unbeschädigt überstand. In den letzten Kriegstagen hatte sich hier der Kommandostab der Roten Armee eingerichtet. Die vollständige und politische Niederlage des Dritten Reiches war das oberste Kriegsziel der Gegner Deutschlands. Die eigentliche Kapitulation wurde ja am 7. Mai in Reims unterzeichnet. Diese Unterzeichnung war allerdings von deutscher Seite zunächst nur als Teilkapitulation vorgesehen. So wie das vorher schon in Berlin oder in Norditalien oder in Nordwestdeutschland der Fall gewesen war. Darauf hat sich der damalige Oberkommandierende der alliierten Streitkräfte, General Eisenhower, aber nicht eingelassen. So dass es eine Gesamtkapitulation sein sollte. Das Problem war nur, dass dort nur Generaloberst Jodel von deutscher Seite geschickt worden war. Und Jodel war eben als Chef des Wehrmachtsführungsstabes natürlich nicht befugt, für die gesamte Wehrmacht zu sprechen. Insofern kam man dann überein, in einer zweiten Phase eine zweite Zeremonie abzuhalten in Berlin-Karlshorst. Es ist der 8. Mai 1945. Bereits am späten Vormittag landen die Vertreter der westlichen Alliierten auf dem Flughafen Tempelhof. Die deutsche Delegation wird aus Flensburg eingeflogen. Von links Generaloberst Hans-Jürgen Stumpf für die Luftwaffe, Wilhelm Keitel, Generalfeldmarschall und Chef des Oberkommandos der Wehrmacht und Hans-Georg von Friedeburg als Generaladmiral, Vertreter der deutschen Marine. An diesem Tisch wird später Ihr Platz sein. Dann sollen Sie hier die Kapitulationsurkunde unterschreiben. Der Tag zieht sich. Die Zeremonie ist zwar sorgsam vorbereitet, aber noch fehlt die Bestätigung der russischen Übersetzung. Erst spät am Abend ist alles geklärt. Kurz vor Mitternacht Marschall Georgi Schukow von der Roten Armee und der britische Vertreter Luftmarschall Asa Tedder sitzen an diesem Tisch und befehlen die Deutschen herein. Neben Schukow und Tedder noch Generals Barthes für die USA sowie der Vertreter Frankreichs, General de Latre de Tassigny. Der Raum ist voll. Als Stumpf Keitel und von Friedeburg eintreten. Für die Deutschen bleibt nur der Platz am Rand. Ebenfalls anwesend sind zahlreiche Journalisten, Übersetzer und Hilfskräfte. Die Stimmung ist angespannt. Vor allem Keitel. Unter unserer Kenntnis genommen sind wir runtergerannt. In den Herbsttagen, als ich das erste Mal dann hier drin war, sind tatsächlich auch Brunnen mit unmittelbarer Nähe eingeschlagen. Das war hier unten deutlich zu merken, dass es einen richtigen Ruck auch persönlich im Körper gab. Das Licht flackerte, ging aus, ging aber sofort wieder an. Und im Raum war sozusagen eine Stille eingetreten, eine Totenstille, bis dann die Menschen sich wieder sammelten und dann flüsterten und so. Es ist nichts passiert. Und die Kinder hörten dann auch teilweise auch auf zu weinen. Das Leben im Bunker, geprägt von Enge, Dunkelheit und Angst. Oben aber, in den Straßen, ist die Lage in den letzten Kriegstagen noch viel schlimmer. Die Reichshauptstadt und ihre Menschen, ausgezählt vom jahrelangen Bombardement der Alliierten. Nun der Kampf gegen die Rote Armee. Haus um Haus, ständiger Beschuss, Tote und Trümmer in den Straßen. Die Sorge, was wird aus mir, meinen Verwandten, wenn ich denn überlebe, wenn dieser elende Krieg endlich vorbei ist. In den letzten Tagen des Hitlerreiches ging es für jeden Einzelnen dieser ausgebombten und verlorenen Stadt buchstäblich ums Überleben. Eine Situation, in der jede Begegnung, jedes Aufeinandertreffen, jeder Entscheidung eine tödliche Gefahr sein konnte. Oder die Rettung. Halt! Stehenbleiben! Papiere! Was haben Sie jetzt zu suchen, Fenrich Pantmann? Ich bin versprengt. Meine Einheit. Aufgerieben. Wo soll das gewesen sein? In der Nähe des Bahnhofs Weißensee, gestern. Weißensee? Okay. Könnte stimmen. Wo wollen Sie jetzt hin? Keine Ahnung. Muss doch irgendwo eine Truppe geben, die mich noch brauchen kann. Sie wollen sich ja jetzt nicht zufällig verkrümeln. In Luft auflösen? Ganz bestimmt nicht. Sie melden sich sofort im Reichsluftfahrtministerium Willemstraße. Da gibt es eine Sammelstelle für Versprengte. Zu Befehl. Machen Sie keine Umwege, Fenrich Pantmann. Wir werden das nachprüfen. Gegen die Eserteure und Plünderer wird mit aller Härte vorgegangen. Sie und Ihre Männer bekommen die Waffen und Munition. Wir haben nagelneue MG42 gekriegt. Das waren die Schnellschießen, die wir hatten überhaupt. Und die ganzen Taschen voller Munition haben wir uns gepackt. Handgranaten haben wir gekriegt, Eierhandgranaten, Panzerfäuste. Ich dachte, nachts um zwei bin ich mit Dendern abmarschiert. Ich bin nicht zuvor, dass Hitler in 1932 umgekommen wäre. Vielleicht bei einem Flug, beim Wahlkampf oder ähnliches mehr. Der Führer ist ja gern geflogen. Man stürzt ja auch manchmal ab. Ich glaube, dass der Zweite Weltkrieg als Krieg tief in den Eliten des Deutschen Reichs verankert war. Dass eigentlich nach der Niederlage 1918, da gibt es ja auch Dokumente, die das sehr deutlich zeigen, schon militärisch die Revanche geplant wurde. Es ging darum, dass die Niederlage 1918 als ein Betriebsunfall wahrgenommen wurde, der nicht durch die Schuld des Militärs, sondern durch den Versagen der Heimatfront zustande gekommen sei. Und selbstverständlich empfand man die Niederlage als zutiefst ungerecht. Und insofern wäre selbstverständlich, was die Planung angeht, eine Situation eingetreten, in der die Deutschen, die Führung, die Eliten, die militärische Führung auf die Idee hätte kommen können, es ist die Zeit, dass wir beginnen, die Sache so zu regeln, wie wir sie eigentlich von Anfang an hätten regeln sollen. Das Problem Hitler ist im Prinzip die Zulage, wenn man das so nimmt. Das Problem Hitler ist der Vernichtungskrieg, ist die Judenverfolgung. Und was man auch sagen muss, weil es ja sehr oft auf die Judenverfolgung reduziert wird, das Problem, sagen wir mal die Vielfalt des Massenmords. Das ist eine Spezialität von Hitler. Das heißt ja unter Zeithistorikern, ohne Hitler kein Zweiter Weltkrieg in dieser Form, ohne Hitler kein Holocaust. Wäre es denn wirklich zum Zweiten Weltkrieg gekommen ohne Hitler? Ein Göring beispielsweise hat ja noch im August des Jahres 1939 versucht, Hitler davon abzubringen. Mein Führer, wir wollen doch kein Wabon spülen. Ich habe in meinem Leben immer Wabon gespielt. Ich glaube, dass man daraus nicht die Schlussfolgerung ableiten kann, dass Göring nun ein Friedensengel gewesen wäre. Kein Pazifist, er wollte kein Zwei-Fronten, den er fürchtet. Genau das. Göring, Göring, andere auch. Das Militär hat ja auch gebremst. Das gleiche Militär, das 1918, 1919 gesagt hat, wir müssen diese Sache reparieren, also die Niederlage des Ersten Weltkrieges revidieren. Er hat 1939 das große Sausen bekommen. Weil natürlich die Kräftekonstellation, gerade am Hinblick auf einen möglichen Zwei-Fronten-Krieg, eine Katastrophe war eigentlich. Die Möglichkeit für der Wehrmacht, diesen Auftakt gegen Polen und Frankreich zu gewinnen, gegen die Engländer zu gewinnen, ja, das war eigentlich relativ unvorstellbar. Die Militärs haben Recht behalten. Im Frühjahr 1945 kommt es dann zur entscheidenden Schlacht um die Seelower Höhen. Die russischen Truppen stehen nur noch wenige Kilometer vor der Reichshauptstadt. Die Berliner Operation soll den deutschen Widerstand endgültig brechen. Wie müssen wir uns die Szenerie hier im April 1945 vorstellen? Also wir befinden uns jetzt hier in der Beobachtungsstelle von Generaloberst Tschurikow. Vor Augen zu führen. In dieser App beispielsweise kann man unterschiedliche Orte auswählen und dann alles Wissenswerte über deren Geschichte erfahren. Von damals bis heute. Vor dem Ende zieht Hitler im Januar 1945 in den sogenannten, gerade erst fertiggestellten, Führerbunker. Angelegt im Garten der neuen Reichskanzlei im Zentrum Berlins. Von hier aus will er weiter seinen Krieg führen und die Deutschen dabei mitnehmen ins Verderben. Denn gewinnen kann Hitler diesen Krieg nicht mehr. Berlin im April 1945. Hitlers Weltanschauungskrieg ist verloren. Deutschland und weite Teile Europas liegen in Trümmern. Doch Hitler hat ein letztes Ziel, nun auch die Deutschen mit sich in den Untergang zu reißen. Seit dem 21. April kämpfen sowjetische Soldaten in den Vororten von Berlin. Stalin hat befohlen, Hitlers Hauptstadt bis zum 1. Mai zu erobern und über den deutschen Diktator endgültig zu triumphieren. Die Zivilbevölkerung gerät zwischen die Fronten. Zwischen ihnen und dem Frieden steht jetzt nur noch einer. Die Rote Armee umschließt mit 1,2 Millionen Soldaten die Frontstadt Berlin. Im Zentrum nahe Reichstag und Brandenburger Tor liegt die neue Reichskanzlei. 1939 fertiggestellt, gedacht als Symbol für Macht und Größe des tausendjährigen Reiches. Hitler ist seit dem 18. Januar wieder hier. Die Reichskanzlei liegt in Trümmern. Schwer getroffen von alliierten Bomben. Nach der Winterkatastrophe vor Moskau Ende 1941 hatte Hitler das Büro von Albert Speer beauftragt, im Garten der neuen Reichskanzlei eine Bunkeranlage zu bauen. Die Katakombe ist zweigeteilt, in den Vorbunker und den sogenannten Führerbunker. Im oberen rechten Teil liegen die Quartiere für das Personal. Darunter, fast 10 Meter unter der Erde, Hitlers Bunker mit 20 Räumen. Hitlers Wohn- und Arbeitsraum, sein Schlafzimmer. Und der Schlafraum von Eva Braun. Hitler fand im Bunker sein Ende. Für viele Berliner waren die Bunker aber die Rettung. Was die wenigsten wissen, eine dieser Anlagen liegt noch immer im Zentrum der Stadt, direkt unter dem Alexanderplatz. Wir sind verabredet mit Sascha Keil vom Verein Berliner Unterwelten. Mit ihm wollen wir einen Eindruck gewinnen von diesem Bunker, der ein. Zweiter Ludwig Erhard. Juni 1948. Die Wirtschaftsberater des Weißen Hauses erkennen, dass die Marktwirtschaft in Deutschland nur vorangebracht werden kann, wenn man die grassierende Inflation bekämpft. Eine stabile Währung, so die Hoffnung der Amerikaner, wird den Wirtschaftskreislauf wieder in Gang setzen. Da liegen sie, die deutschen Markscheine. 40 Mark für jeden. Das Startgeld in einen neuen Abschnitt des Daseins. Der erste Schritt zur Schaffung einer gesunden wirtschaftlichen Basis für die drei westlichen Zonen. Seit Kriegsende war kein Ereignis in Deutschland so einschneidend wie die Währungsreform. Keines so bedeutsam für die zukünftige Entwicklung. Ludwig Erhard avanciert für die Deutschen zum Vater der Währungsreform. Bei der Bundestagswahl 1949 gewinnt die CDU mit knapper Mehrheit vor der SPD. Konrad Adenauer wird Kanzler und ernennt Ludwig Erhard zum ersten Wirtschaftsminister der Bundesrepublik. Nach der Wahl verkündet Adenauer den wirtschaftspolitischen Kurs seiner Regierung. Die Frage, Planwirtschaft oder soziale Marktwirtschaft, hat im Wahlkampf eine überrahrende Rolle gespielt. Die Zwangswirtschaft werden wir überall dort, wo wir es irgendwie verantworten können, beseitigen. Die Amerikaner haben ein wesentliches Etappenziel erreicht. In Westdeutschland regieren jetzt zwei Politiker, die entschlossen für die Marktwirtschaft eintreten. Dieses Gesamtkonzept der Amerikaner, was wir heute als Stabilisierungspolitik beschreiben, ist eben in sich außerordentlich erfolgreich gewesen. Man darf auch nicht vergessen, dass etwa 70 Prozent der Infrastruktur in der Industrie den Krieg überdauert hatte. Das heißt, man hatte nicht nur die Infrastruktur, sondern eben auch den Willen zum Wiederaufbau. Man verfügte auch über ein motiviertes Arbeitskräftepotenzial, was qualifiziert war, sodass man eben relativ schnell mit dem Beginn des Marshallplans auch ökonomisch wieder auf die Beine kam. Aber insgesamt war es so, dass nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in allen anderen Bereichen, Politik, Gesellschaft, Kultur, eine Stunde Null natürlich nie Wirklichkeit gewesen ist. Wir fahren noch einmal raus, Richtung polnische Grenze, zu den Selower Höhen, dem Ort, an dem die Schlacht um Berlin entschieden wurde. Als der Krieg zu Ende war, mussten die einfachen Soldaten der Roten Armee hier noch Wochen oder sogar Monate verbringen, ehe sie in ihre Heimat zurückkehren konnten. Der Archäologe Thomas Kersting startete hier im April 2015 mit seinem Team Ausgrabungen, um neue Erkenntnisse über das Leben der Rotarmisten zu gewinnen. Was wir hier haben, ist auch für uns neu. Das sind Hinterlassenschaften der Roten Armee. ... im Garten der neuen Reichskanzlei im Zentrum Berlins. Von hier aus will er weiter seinen Krieg führen. Und die Deutschen dabei mitnehmen ins Verderben. Denn gewinnen kann Hitler diesen Krieg nicht mehr. Berlin im April 1945. Hitlers Weltanschauungskrieg ist verloren, Deutschland und weite Teile Europas liegen in Trümmern. Doch Hitler hat ein letztes Ziel, nun auch die Deutschen mit sich in den Untergang zu reißen. Seit dem 21. April kämpfen sowjetische Soldaten in den Vororten von Berlin. Stalin hat befohlen, Hitlers Hauptstadt bis zum 1. Mai zu erobern und über den deutschen Diktator endgültig zu triumphieren. Die Zivilbevölkerung gerät zwischen die Fronten. Zwischen ihnen und dem Frieden steht jetzt nur noch einer. Die Rote Armee umschließt mit 1,2 Millionen Soldaten die Frontstadt Berlin. Im Zentrum nahe Reichstag und Brandenburger Tor liegt die neue Reichskanzlei. 1939 fertiggestellt. Gedacht als Symbol für Macht und Größe des tausendjährigen Reiches. Hitler ist seit dem 18. Januar wieder hier. Die Reichskanzlei liegt in Trümmern. Schwer getroffen von alliierten Bomben. Nach der Winterkatastrophe vor Moskau Ende 1941 hatte Hitler das Büro von Albert Speer beauftragt, im Garten der neuen Reichskanzlei eine Bunkeranlage zu bauen. Die Katakombe ist zweigeteilt. In den Vorbunker und den sogenannten Führerbunker. Im oberen rechten Teil liegen die Quartiere für das Personal. Darunter, fast zehn Meter unter der Erde, Hitlers Bunker mit 20 Räumen. Hitlers Wohn- und Arbeitsraum, sein Schlafzimmer und der Schlafraum von Eva Braun. Hitler fand im Bunker sein Ende. Für viele Berliner waren die Bunker aber die Rettung. Was die wenigsten wissen, eine dieser Anlagen liegt noch immer im Zentrum der Stadt. Direkt unter dem Alexanderplatz. Wir sind verabredet mit Sascha Keil vom Verein Berliner Unterwelten. Mit ihm wollen wir einen Eindruck gewinnen von diesem Bunker, der einmal für 3.500 Menschen geplant war. Das war der Plan, aber er ging nicht auf. Tatsächlich waren es weit mehr, die an diesem Ort Schutz suchen mussten und hier unten die Bombenangriffe der Alliierten erlebten. Durch diese unscheinbare Tür gehen wir jetzt. Und der beste Schutz gegen Vandalismus ist eben, dass der Zugang... Also der Antibolschewismus war natürlich ganz tief in die Köpfe der Deutschen eingeprägt worden durch den Nationalsozialismus. Und der Beginn des Kalten Krieges hat an dieser Grundkonstellation natürlich nichts geändert, sondern viele Deutsche fühlten sich bestätigt in ihrer Ablehnung der Sowjetunion. Übrigens auch dadurch, dass die Befreiung vom Nationalsozialismus im Osten natürlich viel stärker als Besatzung und als neue Unterdrückung interpretiert wurde als im Westen. Und insofern war der Antibolschewismus als wichtiger Bestandteil des Kalten Krieges natürlich für die Deutschen eine große Entlastung. Denn damit war man plötzlich wieder auf der richtigen Seite der Geschichte. Deutschland ist das Land des Wirtschaftswunders. Das aber passierte erst in den 50er Jahren. Ehe es aber dazu kommen konnte, wurde vor allem gefremdelt. War es für die Amerikaner schon mühsam, aus den Deutschen echte Demokraten zu formen, so gab es nach Kriegsende bei uns auch große Widerstände gegen den Kapitalismus. Vor allem den Kapitalismus amerikanischer Prägung. Während Ludwig Erhard zum Wirtschaftsdirektor der Westzonen aufsteigt und im Sinne Amerikas die Marktwirtschaft predigt, beharren die großen politischen Parteien Deutschlands weiter auf einer sozialistischen Wirtschaftsordnung. Selbst in der CDU treten viele für einen Sozialismus aus christlicher Verantwortung ein. Die Wesensverschiedenheit in der Weltanschauung hindert uns nicht, mit den Männern des Marxismus in gemeinsamer Front zur Wiederaufrichtung unseres Vaterlandes zusammenzuarbeiten. Kein wahrer Christ und kein wirklicher Demokrat kann anders als es bejahen. Tut den Schritt zum Sozialismus. Ein Politiker tut sich innerhalb der CDU als Gegner der Sozialisierung besonders hervor. Adenauer will sich die Gunst der USA sichern. Deshalb verbündet er sich mit dem Mann, der Amerikas wirtschaftliche Position vertritt wie kein zweiter, Ludwig Erhard. Juni 1948. Die Wirtschaftsberater des Weißen Hauses erkennen, dass die Marktwirtschaft in Deutschland nur vorangebracht werden kann, wenn man die grassierende Inflation bekämpft. Eine stabile Währung, so die Hoffnung der Amerikaner, wird den Wirtschaftskreislauf wieder in Gang setzen. Da liegen sie, die deutschen Markscheine. 40 Mark für jeden. Das Startgeld in einen neuen Abschnitt des Daseins. Der erste Schritt zur Schaffung einer gesunden wirtschaftlichen Basis für die drei westlichen Zonen. Seit Kriegsende war kein Ereignis in Deutschland so einschneidend wie die Währungsreform. Keines so bedeutsam für die zukünftige Entwicklung. Ludwig Erhard avanciert für die Deutschen zum Vater der Währungsreform. Bei der Bundestagswahl 1900. Der perfekte Gegenentwurf. Man darf die tiefe Verankerung des Naziregimes auch gerade Hitlers als Person oder als Idol, als Heiland oder was auch immer in der Bevölkerung nicht unterschätzen. Was wäre denn gewesen, wenn Hitler 1933 nicht die Macht hätte ergreifen können? Nun war nichts unwahrscheinlicher, als dass der Führer an die Macht gekommen wäre 1933. Weil wenn man sich vorstellt, im November 1932 waren die Nazis pleite, zerstritten. Und jetzt stellt man sich noch dazu vor, dass Hitler in 1932 umgekommen wäre. Vielleicht bei einem Flug, beim Wahlkampf oder ähnliches mehr. Der Führer ist ja gern geflogen. Man stürzt ja auch manchmal ab. Ich glaube, dass der Zweite Weltkrieg als Krieg tief in den Eliten des Deutschen Reichs verankert war. Dass eigentlich nach der Niederlage 1918, da gibt es ja auch Dokumente, die das sehr deutlich zeigen, schon militärisch die Revanche geplant wurde. Es ging darum, dass die Niederlage 1918 als ein Betriebsunfall wahrgenommen wurde, der nicht durch die Schuld des Militärs, sondern durch den Versagen der Heimatfront zustande gekommen sei. Und selbstverständlich empfand man die Niederlage als zutiefst ungerecht. Und insofern wäre selbstverständlich, was die Planung angeht, eine Situation eingetreten, in der die Deutschen, die Führung, die Eliten, die militärische Führung auf die Idee hätte kommen können, es ist die Zeit, dass wir beginnen, die Sache so zu regeln, wie wir sie eigentlich von Anfang an hätten regeln sollen. Das Problem Hitler ist im Prinzip die Zulage, wenn man das so nimmt. Das Problem Hitler ist der Vernichtungskrieg, ist die Judenverfolgung. Und was man auch sagen muss, weil es ja sehr oft auf die Judenverfolgung reduziert wird, das Problem, sagen wir mal die Vielfalt des Massenmords. Das ist eine Spezialität von Hitler. Das heißt ja unter Zeithistorikern, ohne Hitler kein Zweiter Weltkrieg in dieser Form, ohne Hitler kein Holocaust. Holocaust, wäre es denn wirklich zum Zweiten Weltkrieg gekommen, ohne Hitler? Ein Göring beispielsweise hat ja noch im August des Jahres 1939 versucht, Hitler davon abzubringen, mein Führer, wir wollen doch kein Wabon spülen, ich habe in meinem Leben immer Wabon gespielt. Ich glaube, dass man daraus nicht die Schlussfolgerung ableiten kann, dass Göring nun ein Friedensengel gewesen wäre. Kein Pazifist, er wollte keinen auf zwei Fronten. Genau das, Göring, andere auch, das Militär hat ja auch gebremst. Das gleiche Militär, das 1918, 1919 gesagt hat, wir müssen diese Sache reparieren, also die Niederlage des Ersten Weltkrieges revidieren. Er haben 1939 das große Sausen.